Die Kinder, die von zu Hause unter Druck gesetzt werden, sie sollen das Kopftuch anziehen. Auf die würde der Druck erheblich erhöht, weil die Eltern ja sagen könnten, guck mal, diese Lehrerin läuft auch so rum. Für mich ist eine Lehrerin eine Vertreterin unseres Staates und muss neutral auftreten. Wenn man jetzt kein Kopftuch trägt, ist es ja auch Ausdruck einer bestimmten Weltsicht und Lebenshaltung. Also auch das ist kein Neutrales. Es gibt de facto kein Neutral.